Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de, Ihrem Online-Outlet für Markenbänke. Und ich zeige Ihnen heute dieses neue Modell von Coino in Büffelederbezug mit Stoffkombination. Und der Clou daran ist, Sie haben hier eine Rückenverstelle. Sie können die Neigung verstellen und dann bin ich nach dem Essen, wenn ich satt bin, kann ich richtig schön meinen Bauch rausstrecken und es mir gemütlich machen. Die Bank ist mittelfest gepolstert, das Büffeleder ist sehr schön, sehr strapazierfähig und naturbelassend. Hier sieht man auch die Narben und die Heckenrisse drin, keine offenen Stellen, alles was verwachst ist, bleibt aber drin. Und wenn ich es dann, das ist ein Feinrasterbeschlag, wenn ich es hochkant stelle, habe ich die richtige Position fürs Essen. Wenn ich es nach hinten stelle, wie gesagt, habe ich die Position zum Launchen und dazwischen kann ich es natürlich auch anhalten, wie ich es will. Die Bank ist so ungefähr 1,80 Meter breit, 1,90 Meter vielleicht, ich habe es jetzt nicht gemessen, Sie können es in der Produktbeschreibung sehen, regulär können Sie es in jedem Maß kaufen. Hat schöne Kufen in Metall und passt zu vielen Stühlen mit dieser modischen Farbe. Alle Beestöne, alle Brauntöne, Trop, Steingrau, das passt alles hier wunderbar dazu. Advertising, wir haben dieses Stück jetzt bekommen von Kölner, von der Hausmesse zu einem Wahnsinnskurs. Schauen Sie unter profischnapp.de, Benke, dort können Sie es wissen, die ist sogar, ich habe noch nicht mal ein Preisschild dran. Profischnapp.de, Ihr Online-Outlet für Markensofas und Markenbenke. Sag Danke, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, schauen Sie unter Speisenbenke, was wir sonst noch an Benke haben und bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de.